Wie können wir sicherstellen, dass die endlichen Automaten, mit denen wir arbeiten, so klein wie möglich sind? Das wollen wir uns heute und in den nächsten Videos anschauen. Es geht um die Minimierung von Automaten. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies ist die Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten, passend zur entsprechenden Vorlesung an der TU Dresd. So, und wir hatten uns ja schon einiges angeschaut in den letzten Vorlesungen, hatten eine ganze Menge verschiedener Darstellungen für endliche Sprachen gesehen. Hier haben Sie nochmal die Übersicht, die wir uns erarbeitet haben. Viele verschiedene blaue Kästchen markieren die Darstellungen mit den gelben Transitionen zwischen ihnen, die uns jeweils daran erinnern sollen, wie genau die Übersetzung hier funktioniert hat. Manches auch war dabei relativ einfach und im Prinzip basierend auf der gleichen Idee, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Das habe ich hier mal so zusammengefasst. Ja, Sie sehen, die Idee zwischen Automaten und Grammatiken war es tatsächlich einfach die Regeln der Grammatik in Übergänge des Automaten umzuwandeln und genauso in die umgekehrte Richtung. Das Besondere allerdings ist, wenn wir von Automaten zur Grammatik gehen, funktioniert das immer gleich. Wenn wir dagegen von der regulären Grammatik zum Automaten gehen, dann wird das Ergebnis in der Regel nicht deterministisch. Das heißt, wir gelangen hierhin zurück, können aber natürlich sowohl vom nicht deterministischen als auch vom deterministischen Automaten hingehen. Das hatten wir in dem entsprechenden Video nicht im Detail besprochen, aber es sollte klar sein, dass Sie genauso gut mit einem NFA anfangen können, wenn Sie diese Umwandlung haben. Okay, für alle anderen Fälle hatten wir auch entsprechende Details in den passenden Videos erklärt. Ich hoffe, Sie erinnern sich. Okay, wir hatten auch schon eine Reihe von verschiedenen Automatenmodellen kennengelernt, die sich stark ähneln, aber nicht unbedingt gleiche Größe haben, wie wir gesehen haben. Gerade zwischen deterministischen und nicht deterministischen Automaten hatten wir schon beobachtet, dass es da zu einem Größenunterschied kommen kann. Insbesondere, wenn wir mit unserem Verfahren der Potenzmengenkonstruktion so einen Automaten konstruieren, kann ja doch relativ groß werden. Ja, die Potenzmenge ist eben exponentiell. Und das ist jetzt eine natürliche Frage natürlich, wie man einen so großen Automaten vielleicht doch irgendwie kleiner kriegen kann. Was man tun könnte, damit ein Automat möglichst minimal ist. Und gibt es so etwas wie einen minimalen Automaten überhaupt? Oder ist das vielleicht nicht eindeutig definiert zum Beispiel? Gut, ich meine, irgendein Automat sollte sicherlich minimal sein. Wenn es überhaupt einen Automaten gibt, dann ist sicherlich einer der Automaten, die die richtige Sprache akzeptieren, unter den kleinsten. Vielleicht gibt es mehrere kleinste, aber es sollte zumindest so etwas wie kleinste Automaten gehen. Und die Frage ist jetzt, ob wir die irgendwie finden können. Okay. Mal sehen, was wir dazu so sagen können. Überlegen wir uns erst mal ein paar Grundlagen zu diesem Thema. Wenn wir Automaten verkleinern, dann gibt es dafür natürlich bereits eine Reihe von Methoden, die wir anwenden können und die wir auch schon in Algorithmen genutzt haben. Zum Beispiel ist es möglich, einfach Zustände zu entfernen, die man vom Ausgangszustand, vom Anfangszustand nicht erreichen kann. Oder wenn es mehrere gibt, von keinem der Anfangszustände. Ebenso können wir Zustände entfernen, von denen aus man nicht mehr zu einem Endzustand gelangen kann. Das war ein einfacher Vereinfachung, die wir beide schon genutzt hatten in früheren Videos. Und die Frage wäre jetzt natürlich, reicht das? Können wir damit vielleicht schon einen äquivalenten, kleinstmöglichen Automaten erhalten? Sollte das etwa schon genügen? Naja, Sie ahnen es, das Video wäre noch kürzer, wenn das so wäre. Es ist natürlich nicht der Fall. Das reicht nicht aus. Die Frage ist, wie können wir das sehen? Können Sie sich ein Beispiel denken eines Automaten, in dem alle Zustände erreichbar sind und auch alle Zustände noch einen Endzustand erreichen können und trotzdem der Automat bei weitem nicht der kleinstmögliche ist? Sie dürfen das Video gern anhalten, um darüber nachzudenken. Ich werde es Ihnen jetzt sagen. Eine Möglichkeit, die Sie natürlich haben, um sowas ganz einfach zu machen, ist, nicht Determinismus zu nutzen. Sie können einfach die, im einfachsten Fall könnten Sie einfach einen Automaten nehmen und den duplizieren. Also das heißt, eine Vereinigung des Automaten mit sich selbst bilden. Beispiel sei M ein endlicher Automat, deterministisch oder nicht deterministisch, bei dem alle Zustände in diesem Sinne nötig sind. Keine unnützen Zustände, die wir einfach löschen können. Dann können wir den Vereinigungsautomaten von M mit sich selbst bilden. Sie erinnern sich, Vereinigungsautomat, das war ganz einfach. Wir haben einfach den Automaten in einer zweiten Kopie neben sich geschrieben und keinerlei zusätzliche Übergänge eingeführt, nur die schon bestehenden Übergänge kopiert. Wenn wir M jetzt mit sich selbst vereinigen, dann müssen wir natürlich genau genommen in einem der beiden Kopien zunächst die Zustände umbenennen. Wir hatten angenommen, dass die Vereinigung immer auf Automaten mit disjunkten Zustandsmengen ausgeführt wird. Das könnte man ja leicht erreichen. Man müsste einfach die einen Zustände mit neuen Namen versinnen. Ansonsten würde die Struktur aber gleich bleiben. Wir hätten dann einen Automaten mit doppelt so vielen Startzuständen. Der wäre dann sicherlich nicht deterministisch. Er hätte diese zwei voneinander getrennten Transitionssysteme, die beide die gleiche Sprache akzeptieren, aber jeweils in beiden alle Zustände notwendig sind in diesem Sinne. Also keiner der Zustände kann offensichtlich gelöscht werden. Trotzdem ist er sicherlich nicht minimal, denn er hat ja doppelt so viele Zustände wie der Automat M, obwohl er genau das gleiche tut. Okay, also wir sehen, so einfach ist es nicht. Irgendwie muss man sich noch mehr überlegen, wenn man die Automaten irgendwie minimieren will oder wenn man minimale Automaten finden möchte. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe, sagen Sie aber vielleicht, ist ja gar kein so interessantes Beispiel. Ja, mit Nicht-Determinismus kann man immer leicht nicht minimale Automaten finden. Man führt einfach zusätzliche Übergänge rein, die aber letztlich zu den gleichen Verhaltensweisen führen. Ich kann ja nicht deterministisch zwischen zwei Zuständen wählen und egal, welche Entscheidung ich treffe, von da an wird jeweils genau das Gleiche möglich sein, kann man sich auch vorstellen. Das ist auch eine Art, einen nicht-minimalen Automaten zu konstruieren. Wie ist es jetzt aber mit deterministischen Automaten? Wenn wir uns darauf beschränken, dass jeder Übergang deterministisch ist, können wir dann trotzdem Fälle finden, in denen ein Automat nicht minimal ist. Und ja, Sie ahnen es, die Antwort lautet ja. Hier steht es nämlich. Dieses Diagramm hier zeigt uns einen nicht-minimalen, endlichen, deterministischen Automaten. Okay, was tut er? Na ja, Sie können sich überlegen hier. Es gibt die Möglichkeit, beim Lesen einer Null den direkt zu akzeptieren vom Startzustand aus. Also das Wort Null ist enthalten. Wir könnten aber auch stattdessen eine Eins lesen und dann noch mal beliebig viele Einsen lesen, um letztlich zur Null überzugehen. Die Sprache, die wir also akzeptieren, ist die Sprache, die Null enthält und 1 0 und 1 1 0 und 1 1 1 0 und so weiter. Mit anderen Worten 1 Stern 0. Das bedeutet, wir können beliebig viele Einsen lesen und am Ende muss eine Null stehen. Und dafür könnten wir natürlich einen kleineren Automaten finden, nicht wahr? Nämlich einen mit zwei Zuständen, der dann etwa so aussehen könnte. Wir dürfen einfach im Startzustand beliebig viele Einsen lesen und letztlich folgt die Null, die uns zum Endzustand bringt. Okay, Sie sehen also, hier haben wir einen deterministischen Automaten. Ja, total ist er nicht, aber einen deterministischen Automaten haben wir, der nicht minimal ist, obwohl alle seine Zustände erreichbar sind vom Startzustand und den Endzustand erreichen können. Okay, also auch da reicht diese einfache Idee nicht aus. Okay, wie könnten wir also weiterkommen? Welche Ideen könnten uns helfen dabei, Automaten zu minimieren? Und die Beobachtungen, die wir hier machen können, um da voranzukommen, sind eigentlich recht einfach. Denn Automaten sind ja relativ einfach. Was sie tun und wie sie arbeiten, ist doch recht leicht zu verstehen. Was also können wir hier beobachten? Zum einen ist es so, dass zur Erkennung von Wörtern der Automat nur seinen aktuellen Zustand kennen muss. Es ist völlig egal, welche Vorgeschichte der Automat hat. Es interessiert uns nicht, wie er zu dem Zustand gelangt ist. Für das, was noch passieren wird, reicht es aus zu wissen, dass er in diesem Zustand ist. Das ist schon mal wichtig. Das heißt also, wir schauen in gewisser Weise immer nach vorne in einem endlichen Automaten. Es geht darum, was von hier aus noch erreichbar ist und nicht, was hinter uns liegt. Okay, und das ist auch das, was hier nochmal steht. Ja, es ist der Weg, den wir genommen haben, um zum Zustand zu gelangen, spielt keine Rolle. Das heißt also, wenn wir überlegen, ob was ein Zustand tun kann oder wofür ein Zustand steht, dann müssen wir nur nach vorne schauen in Richtung der Endzustände, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Idee könnte sein, dass manche Zustände ja bezüglich des nach vorne Schauens gleichwertig sind. Das heißt, ausgehend von diesen Zuständen könnte es sein, dass wir genau dieselbe Sprache akzeptieren können. Wenn das passiert, wenn zwei verschiedene Zustände die Eigenschaft haben, dass von Ihnen ausgehend die gleiche Restsprache, wenn Sie so wollen, akzeptiert wird, dann könnten wir diese Zustände vielleicht als Äquivalent auffassen und verschmelzen zu einem einzigen Zustand, da sie ja im Prinzip das gleiche Verhalten zeigen. Das heißt, wenn man einmal zu diesen Zuständen gelangt ist, dann wird ab da das Gleiche geschehen. Und das ist genau die Idee bei der Minimierung von Automaten. Wir wollen Zustände finden, die in diesem Sinne Äquivalent sind und die dann verschmelzen. Okay, die Äquivalenten Zustände finden wir heute oder in diesem Video. Das Verschmelzen machen wir dann im nächsten. Okay, Äquivalenz von Zuständen. Das, was ich gerade gesagt habe, dass zwei Zustände Äquivalent sind, wenn man von ihnen ausgehend das gleiche Verhalten sieht, das können wir definieren. Und das ist das, was hier in diesem roten Kasten zu finden ist. Ja, hier steht es für einen deterministischen endlichen Automaten M mit den üblichen Teilen und einen Zustand Q aus den Zuständen dieses Automaten. Definieren wir den Automaten MQ als den Automaten, der in allen Teilen genau gleich ist zu dem ersten, aber der jetzt den Startzustand Q hat. Also MQ, Startzustand Q. Das ist die Idee, nicht der Q0, der hier stand. Könnte auch Q0 sein. Ja, ich könnte auch MQ0 bilden, aber ich könnte auch für irgendeinen anderen Zustand diesen MQ bilden. Ja, das heißt, das ist der Automat, der abgewandelte Automat, bei dem wir in einem bestimmten fest vorgegebenen Zustand beginnen. Und jetzt kann ich sagen, zwei Zustände P und Q, die wir in diesem Automaten finden, sind M Äquivalent, also sind Äquivalent bezüglich ihres Verhaltens in diesem Automaten, was wir in Symbolen so schreiben können, mit einer kleinen Tilde und einem M als tiefgestellten Symbol zwischen den Zuständen P und Q. Das soll gelten, wenn es der Fall ist, dass die Sprachen, die man von P aus akzeptieren kann, wenn man dort als Startzustand beginnt, genau die gleiche Sprache ist, die man auch von Q aus akzeptiert, wenn man dort als Startzustand beginnt. Das ist genau das, was ich gerade intuitiv beschrieben hatte. Wenn wir nach vorne schauen und das gleiche Akzeptanzverhalten sehen, die gleichen Wörter akzeptieren, die gleichen Wörter verwerfen, dann sind die beiden Zustände Äquivalent. Dann macht es keinen Unterschied, ob wir in P oder in Q sind. Ab da wird das Verhalten genau gleich sein. Das können wir auch anders beschreiben. Wir könnten auch sagen, eben für jedes Wort in Sigma Stern gilt, die allgemeine Übergangsfunktion Delta von P aus mit diesem Wort wird in einem Endzustand in F landen, genau dann, wenn das der Fall ist für die verallgemeinerte Übergangsfunktion von Q aus mit diesem Wort. Okay, ich hoffe, Sie folgen dem soweit. Gut, das sind also zwei äquivalente Zustände und wie gesagt, es ist egal, wo in diesem Netzwerk, in diesem Transitionssystem die beiden äquivalenten Zustände auftauchen und wie man da hingelangt, aber man braucht letztlich nur einen von ihnen oder es reicht, wenn man statt ihrer, statt dieser beiden nur einen behalten würde, denn ab da passiert ja genau das Gleiche. Okay, gut. Diese Notation hier mit der Tilde und dem tiefgestellten m, die soll uns natürlich daran erinnern, dass diese Relation spezifisch ist für einen Automaten. Also die macht nur Sinn im Kontext eines bestimmten Automaten, über den wir gerade sprechen. Aber häufig wird es natürlich so sein, dass wir wissen, welchen Automaten wir gerade betrachten. Wir werden nicht mit mehreren Automaten gleichzeitig zu tun haben. Das heißt, wir dürfen an vielen Stellen einfach Tilde schreiben, anstatt Tilde mit diesem tiefgestellten m und es sollte auch klar sein, wovon wir reden. Also immer dann, wenn nicht allzu viel Verwirrung droht oder zumindest keine Verwirrung droht durch die zusätzliche Vereinfachung, werde ich das so machen. Okay. Hier haben wir gleich mal ein Beispiel. Das ist der Automat, den wir gerade gesehen haben, von dem wir schon wissen, dass er nicht minimal ist. Und wenn wir diesen Automaten ansehen, dann sehen wir, dass die Sprache, die man vom Startzustand ausbekommt, wie ich schon erklärt hatte, 1 Stern 0 ist letztlich. Ja, das hatten wir schon besprochen. Das heißt, die Sprache von MA, was einfach M ist, ist 1 Stern 0. Aber man kann leicht sehen, dass das die gleiche Sprache ist, die man auch von C ausbekommen wird. Wenn also C der Startzustand wäre stattdessen, wie das bei MC der Fall ist, dann hat man ebenfalls 1 Stern 0 als Sprache. Denn letztlich C und B zusammen bilden diesen verkleinerten Automaten, den wir als zweite Möglichkeit gesehen haben. Ja, das ist die gleiche Sprache. Das heißt, diese beiden Zustände sind äquivalent, A und C. Und wir könnten sie also auch miteinander verschmelzen. Und das führt dann dazu, dass wir diesen minimalen Automaten finden, den ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Die Sprache von B hingegen ist einfach nur die Sprache mit dem leeren Wort. Das ist das Einzige, was dort noch akzeptiert werden kann. Es gibt keine weiteren Übergänge mehr. Y aber wird natürlich akzeptiert. Okay, gut. So funktioniert das also. Und so können wir arbeiten damit. Ich möchte jetzt, bevor wir das dann anwenden, im nächsten Video, wie gesagt, hauptsächlich noch ein bisschen zu den Eigenschaften von dieser Relation Ihnen einiges sagen. Was uns auch helfen wird, dann praktisch damit zu arbeiten, weil es uns, wie wir sehen werden, auch im nächsten Video einiges an Arbeit sparen wird. Wenn wir uns vorher bestimmte Dinge klar machen, müssen wir weniger Dinge ausrechnen. Und die Kurzdefinition haben Sie hier nochmal. Die beiden Zustände Q und P sind äquivalent, genau dann, wenn die Sprache von P oder die Sprache des Automaten für P gleich ist der Sprache des Automaten für Q. Und das ist eine relativ typische Art, wie man Relationen oder wie man solche Beziehungen definieren kann. Man sagt, also zwei Dinge sind gleich, genau dann, wenn oder sind in Beziehung genau dann, wenn zwei Dinge, die von Ihnen jeweils bestimmt werden, sich gleichen oder in einer anderen Relation stehen. Und wenn wir sowas machen in der Informatik oder in der Mathematik ganz allgemein, dann ist es natürlich so, dass die Eigenschaften dieser Tilde-Relation in diesem Fall, also der definierten Relation, meistens ziemlich ähnlich sind zu den Eigenschaften der Relation, aus der wir die abgeleitet haben. Hier haben wir die Gleichheit zweier Sprachen als Grundlage genommen. Und viele Eigenschaften, die die Gleichheit hat, hat natürlich auch unsere Tilde, weil die Tilde letztlich nur eine Abkürzung für eine bestimmte Gleichheit darstellt. Okay, was wissen wir über Gleichheit? Naja, viele interessante Dinge zum Beispiel ist Gleichheit symmetrisch. Also wenn Sie P und Q miteinander vertauschen und die Relation vorher galt, dann gilt sie danach auch noch, denn es bedeutet ja nichts weiter, als dass Sie die beiden Seiten einer Gleichheit miteinander vertauschen. Und das sollte das Ergebnis nicht ändern. Also wenn A gleich B ist, ist auch B gleich A. Alles klar, so Symmetrie also. Und ja, Stichwort Symmetrie, da fallen Ihnen sicherlich noch mehr ähnliche Eigenschaften von Relationen ein, die Sie vielleicht mal in Ihren Mathe-Vorlesungen gehört haben. Was gibt es da noch? Naja, Reflexivität natürlich. Jedes Ding ist gleich zu sich selbst. Und natürlich ist Q in dieser Tilde-Relation zu Q. Auch das ist klar, denn die Sprache von MQ ist gleich der Sprache von MQ. Und das Dritte, was man auch von Gleichheit natürlich weiß, ist es auch transitiv. Wenn A gleich B und B gleich C ist, dann ist auch A gleich C. Und auch das wird von der Tilde-Relation hier geerbt. Das heißt, wir haben hier eine Relation, die reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Und für diese Relationen gibt es einen speziellen Namen, weil sie besonders wichtig und praktisch sind in vielen Anwendungen. Das sind natürlich die sogenannten Äquivalenz-Relationen. Hier steht es nochmal aufgeschrieben, jeweils in Bezug auf die Tilde. Wobei ich hier den Automaten weglasse. Nicht deshalb, weil er klar ist, sondern deshalb, weil er egal ist. Ja, wir haben hier etwas, was für beliebige Automaten so gelten würde. Und das sind also diese drei wesentlichen Eigenschaften der Äquivalenz-Relation. Und wenn man weiß, dass etwas eine Äquivalenz-Relation ist, dann kann man sich, wie gesagt, Arbeit sparen. Man muss zum Beispiel nicht prüfen, ob Q1 äquivalent zu Q2 ist, wenn man schon vorher herausgefunden hat, dass Q2 äquivalent ist zu Q1. Das kann man einfach übertragen. Das ergeht. Also das wird uns ein bisschen Arbeit sparen, wenn wir das dann im Algorithmus konkret ausrechnen. Okay, das also die Eigenschaften. Das sind aber nicht die einzigen Eigenschaften dieser Relation, sondern es gibt noch weitere Eigenschaften, die spezieller mit dem zu tun haben, was wir hier eigentlich machen, nämlich mit Automaten zu rechnen. Und zwar haben die damit zu tun, wie sich diese Zustände erhalten oder wie sich die Äquivalenz von zwei Zuständen überträgt auf die Äquivalenz ihrer Nachfolgerzustände im Automaten. Die Idee ist ja relativ einfach. Wir wissen, wenn P und Q äquivalent sind, dann bedeutet das, dass von dort ab alles, was man im Automaten tun kann, genau zum gleichen Ergebnis führt. Wenn ich von beiden Zuständen aus das gleiche Wort auslese, werde ich auch in gleichen, werde ich entweder in beiden Fällen zu einem Endzustand gelangen oder in beiden Fällen nicht zu einem Endzustand. Und es sollte da nicht überraschen, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dass sich diese Äquivalenz dann also auf alle Folgezustände überträgt. Das steht hier. Für alle beliebigen Symbole A, die ich also einlesen könnte als nächstes, gilt, wenn zwei Zustände Q1 und Q2 äquivalent sind mit dieser Relation, dann sind auch die Nachfolger, die die beiden Zustände für das Zeichen A haben, äquivalent. Und hier muss ich eine Einschränkung machen, falls diese Übergänge überhaupt definiert sind. Ja, wenn sie nicht definiert wären, dann wäre das, würde das keinen Sinn ergeben, diese Aussage, weil das kann ja eine partielle Funktion sein, Delta, bei endlichen Automaten. Oft werden wir deshalb totale Übergangsfunktionen annehmen, um unser Leben da ein bisschen leichter zu machen. Aber ich hoffe, dass es Ihnen verständlich ist, warum das so ist. Ja, also wenn die beiden hier, kann man sich ja rückwärts überlegen, wenn die beiden Nachfolgerzustände nicht äquivalent wären. Also wenn es da ein Wort gäbe, was der eine akzeptiert, aber der andere nicht, dann würde das Wort mit einem weiteren A da vorgestellt, ja, eines sein, was von einem der Qs hier akzeptiert wird, aber von dem anderen nicht. Das heißt also, jede Nichtäquivalenz bei den Nachfolgern würde sich zu einer Nichtäquivalenz der Vorgänger erweitern lassen. Und das haben wir ja schon ausgeschlossen. Also wenn die Vorgänger äquivalent sind, müssen auch alle Nachfolgeräquivalenz. Okay, gut. Diese Eigenschaft könnte man bezeichnen als Verträglichkeit mit der Übergangsfunktion. Also sie ist irgendwie kompatibel und das ist natürlich auch angenehm und sinnvoll und es wird sich zeigen, dass das nützlich ist für die Zwecke, zu denen wir das verwenden wollen. Okay, das also die Eigenschaften von M, von Tilde M unserer Relation hier. Okay, gut. Als nächstes möchte ich noch ganz kurz auf ein paar kleine Allgemeinheiten eingehen, nicht Gemeinheiten, sondern Allgemeinheiten, die gar nicht so sehr spezifisch sind zu Sprachen und Automaten, sondern die für beliebige Äquivalenzrelationen gelten, die uns aber ganz nützlich sein werden für die nächsten Schritte und die ich gern mal in Erinnerung rufen wollte. Sie sollten das alles schon kennen aus Grundlagenvorlesungen, aber es hilft sicherlich auch, wenn man es noch mal kurz anspricht. Eines davon ist die allgemeine Notation für Äquivalenzrelationen. Also Sie haben im Zusammenhang mit Äquivalenzrelationen sicherlich von Äquivalenzklassen schon gehört. Was war die Äquivalenzklasse? Naja, das sind einfach die Klassen von Elementen, die untereinander gleich sind oder Äquivalenz sind. Und Klasse können Sie hier gern mit Menge ersetzen. Das bedeutet in dem Kontext ganz genau das Gleiche. Wie schreiben wir das? Ja, ich schreibe das so, wie es auch in vielen anderen Texten geschrieben wird, indem ich eckige Klammern setze, um ein Element, was hier der Vertreter sein soll, der Äquivalenzklasse, also zum Beispiel ein Zustand q und dann tiefgestellt dahinter die Relation schreibe, um die es gerade geht. Also diese Notation hier steht für eine, für die Tilde-Äquivalenzklasse von q. Und die Tilde-Äquivalenzklasse ist wie gesagt einfach die Menge aller Dinge, die zu q äquivalent sind, einschließlich q selbst. Ja, ist ja reflexiv, das heißt q kommt da immer drin vor und es könnten aber auch andere Dinge mit drin vorkommen. Das ist hoffentlich was, was Sie schon mal so in ähnlicher Form gesehen haben. Für eine Menge p, die in der Menge der Zustände enthalten ist, kann eine beliebige Teilmenge sein, könnten auch alle sein, schreiben wir außerdem p-Tilde, um den Quotienten von p und Tilde darzustellen. Was ist der Quotient? Auch das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist einfach die Menge der Äquivalenzklassen aus, die man für Elemente in p finden kann. Die Menge dieser Äquivalenzklassen kann man sich relativ leicht vorstellen. Ja, Sie können sich das auch alles sehr grafisch vorstellen. Ja, das Arbeiten mit Äquivalenzrelationen ist immer eine sehr anschauliche Sache eigentlich, denn wenn Sie sich einfach so eine Relation vorstellen als eine Menge von Punkten und Pfeilen dazwischen, die die Beziehungen darstellen, dann ist natürlich klar, dass bei Äquivalenzrelationen die Bilder, die Sie dadurch erhalten, sehr, sehr speziell sind. Dadurch, dass Äquivalenzrelationen transitiv, symmetrisch und reflexiv sind, heißt das, dass alle Dinge, die überhaupt miteinander verbunden sind über so eine Relation, auch äquivalent sind. Ja, das ist die Transitivität und zwar in beide Richtungen, das ist die Symmetrie. Das heißt, wenn Sie sich die Gesamtmenge aller ihrer Zustände zum Beispiel anschauen und dazwischen Pfeile einzeichnen, die die Äquivalenz darstellen, dann zerfällt Ihre Gesamtzustandsmenge letztlich in mehrere unzusammenhängende Teile, die aber vollständig miteinander verbunden sind. Das heißt also, Sie haben die Äquivalenzklassen letztlich, wenn man sich das grafisch so darstellen will, in der Relation als vollständig verbundene Graphen in ihrer Gesamtmenge und zwischen den Graphen gibt es überhaupt keine Beziehung. Das sind die Äquivalenzklassen. Sobald zwischen zwei Äquivalenzklassen überhaupt irgendeine Beziehung besteht, also zwei Elemente aus zwei verschiedenen Äquivalenzklassen äquivalent sind, dann folgt wegen Transitivität, wegen Symmetrie, dass alle Elemente in diesen beiden Klassen miteinander äquivalent sind. Und das heißt, die Klasse verschmilzt zu einer großen Klasse. Also eine Äquivalenzrelation, wenn man sie auf einer Menge irgendwie visualisieren würde, würde immer aussehen wie eine Menge von sehr dicht verknüpften Wolken, die untereinander überhaupt keine Verknüpfungen haben. So kann man sich das vorstellen. Und dieser Quotient ist dann nichts weiter als die Verschmelzung jeder einzelnen Wolke zu einem einzelnen Punkt. Das heißt, wir ersetzen jede Klasse durch ein Element, was wir praktischerweise auch mit dieser Klasse bezeichnen. Also es ist eine Menge von Mengen, wenn Sie so wollen. Aber wir schauen nicht mehr in die Mengen rein, sondern wir betrachten sie als ein einziges Element in diesem Quotient. Das ist das, was dabei passiert. Diese Quotientenbildung nennt man auch manchmal Faktorisierung. Also und ja, wie gesagt, es entspricht dem Verschmelzen. Also Sie können sich das, wenn ich jetzt mehr Fähigkeiten hätte bei der Erstellung digitaler Animationen, würde ich Ihnen jetzt einen kleinen Film zeigen, wo also Punktwolken zusammen verschmelzen und ein neues Element bilden. Ja, Sie müssen das in Ihrer Fantasie tun, bitte, da ich das nicht bewerkstelligen konnte. Okay, gut, das also Notation und auch Intuition ein bisschen zum Arbeiten mit Äquivalenzklassen. Wie immer gelten ein paar ganz einfache Grundlagen. Das Schöne bei Äquivalenzrelationen ist immer, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Die Dinge, die man braucht, um keine Fehler zu machen, sind alle gegeben. Also zum Beispiel ist natürlich klar, dass wenn zwei Elemente äquivalent sind, dass dann ihre Äquivalenzklassen auch gleich sind. Das ist vielleicht auch wichtig zu bemerken, wenn man das hier mit diesem Quotienten sich anschaut. Ja, die Menge, die hier angegeben ist, die Menge aller Äquivalenzklassen, man könnte ja denken auf den ersten Blick, dass die für jedes Element in P ein Element enthält. Für jedes P gibt es die Äquivalenzklasse von P. Aber so ist es in Wahrheit natürlich nicht. Wir wollen ja viel weniger Dinge haben. Wenn wir vieles miteinander verschmelzen, erwarten wir ja, dass dabei die Anzahl der Elemente sich verkleinert. Und dieses Verkleinern passiert hier indirekt einfach dadurch, dass für verschiedene Zustände P in dieser Groß-P-Menge es unter Umständen genau die gleiche Äquivalenzklasse gibt, über die wir sprechen. Also wenn Q1 und Q2 äquivalent sind, dann sind ihre Äquivalenzklassen gleich. Und das heißt, aus diesen zwei verschiedenen Zuständen wird am Ende nur ein einziges Element in der Quotientenstruktur. Und dadurch hat also die Quotientenstruktur in der Regel weniger Elemente als die Ausgangsmenge. Außer es stellt sich heraus, dass überhaupt nichts mit irgendetwas äquivalent zu irgendetwas äquivalent ist, mit dem es sich nicht völlig gleicht. Ich hatte schon gesagt, unterschiedliche Äquivalenzklassen sind disjunkt. Sobald es überhaupt irgendeine Beziehung zwischen ihnen geben würde, würden sie verschmelzen und wären nur noch eine Klasse. Also das heißt, dass die Gesamtmenge zerfällt in untereinander nicht überschneidende Äquivalenzklassen. Und es ist natürlich auch klar, dass jedes Element in irgendeiner Äquivalenzklasse drinsteckt. Also es gibt kein Element, was außerhalb aller Klassen ist, denn jedes Element ist ja in seiner eigenen Äquivalenzklasse mindestens mal selbst, wenn es dort allein sein sollte. Das nennt man auch Partitionierung. Also die Gesamtmenge, Q zum Beispiel, wenn wir über Zustände Q sprechen, zerfällt in Äquivalenzklassen und alles gehört genau einer Äquivalenzklasse ein. Eine sehr schöne Situation, die es sehr einfach macht, dann Dinge damit zu rechnen. Okay, das als Notation. Okay, jetzt haben wir erst mal genug gelernt über diese Äquivalenzklasse und über die Idee der Automatenminimierung. Und jetzt sind wir eigentlich bereit, was das Handwerkzeug betrifft, um das auch anzuwenden. Das möchte ich noch nicht machen, aber ich zeige Ihnen eine kleine Vorschau. Das wird wir jetzt bilden werden. Damit als nächstes nennt man den Quotientenautomaten. Der Quotientenautomat ist, hier steht es im Detail, aber eigentlich will ich es Ihnen erstmal nur allgemein erklären. Der Quotientenautomat ist der Automat, den man erhält, wenn man diese Verschmelzung von äquivalenten Dingen einfach auf alle Zustände anwendet und dabei die Übergänge mit verschmilzt. Wie genau das funktioniert, steht hier. Aber Sie können es sich auch wieder schön grafisch vorstellen. Ja, stellen Sie sich mal vor, wie das alles zusammenwächst und dabei die Pfeile alle in den gemeinsamen verschmolzenen Zustand wandern. Und wenn es dabei vorkommen sollte, dass zwei Pfeile nach dem Verschmelzen zwischen den gleichen Zuständen verlaufen und die gleiche Beschriftung haben, dann ist es letztlich nur noch ein Fall. Also die Pfeile verschmelzen ganz natürlich mit, wenn man bestimmte Zustände verschmilzt und daraus wird sich dann dieser schöne Quotientenautomat ergeben. Klingt ein bisschen technisch, ist aber wirklich eine ziemlich einfache Idee. Okay, gut. Das also wie gesagt beim nächsten Mal. Wenn Sie noch Lust haben, können Sie das gleich jetzt im Fortgang anschauen. Wir sehen uns dann also gleich im nächsten Video. Bis bald. Auf Wiedersehen.